Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist der 1. Juni und ich hatte eigentlich eine Idee für dieses Video. Also ich wollte euch ein Angebot vorstellen, was auf heute gilt. Und dann habe ich heute früh bei uns in die Workstation geguckt. Also die Workstation könnt ihr euch vorstellen, das ist wie so ein Online-Büro für Berater. Das heißt, jeder, der sich bei Sensi anmeldet, bekommt Zugang zu dieser Workstation und kann dort alles machen. Das heißt, Bestellungen verwalten, Kundenkontakte anlegen, Neuigkeiten lesen. Und das habe ich heute früh gemacht und habe so viele Neuigkeiten für diesen Monat gesehen, dass dieses Video vollgepackt sein wird mit ganz tollen Sachen und Überraschungen. Das heißt, bleibt am besten wirklich bis zum Ende dran, denn ich denke, dass das ein oder andere wirklich euch interessieren könnte. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich fange aber mit diesem Angebot an, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Und zwar ist das ein Angebot, was mich vollkommen aus den Socken gehauen hat, denn sowas gab es. Ich behaupte jetzt einfach mal noch nie. Also zumindest... Jetzt ging das Licht aus. Moment. So, wir wollen ja hier einigermaßen gute Lichtverhältnisse. Also zumindest zu meiner Zeit, ich bin jetzt seit knapp zwei, dreiviertel Jahren, also im August werden es jetzt drei Jahre, wo ich bei Sensi bin, gab es sowas noch nicht. Und ich würde jetzt einfach behaupten, auch die Zeiten davor nicht, weil es einfach ein mega tolles Angebot ist, ein einmaliges Angebot. Und dieses findet ihr aktuell schon auf meiner Webseite. Das heißt, es ist schon bestellbar, ist schon erhältlich. Und zwar wie immer nur, solange der Vorrat reicht. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht und euch denkt, boah, das ist wirklich, wirklich toll, ist eigentlich unschlagbar, dann wartet nicht zu lange, sondern springt auf die Webseite und schlagt zu. Denn wie gesagt, wenn der Bestand aufgebraucht ist, dann gibt es diese Sachen nicht mehr. So, und bevor ich jetzt noch länger rumquatsche, zeige ich euch einfach, um was es geht. Und ihr bekommt diesen Monat beim Kauf einer großen elektronischen Duftlampe, und zwar könnt ihr da zwischen den vier tollen Lampen wählen. Ich zeige euch die jetzt auch gleich noch, eine davon habe ich da. Bekommt ihr fünf Düfte gratis. Und bei fünf Düften sprechen wir von einem Wert von 42,50 Euro. Also ich finde es mega. Diese Lampen, die hier abgebildet sind, bewegen sich um die 64 Euro. Ich glaube, die ist ein bisschen teurer. Ich kann euch das sagen. Ich kann euch gerne die genauen Preise sagen. Die Classic Curve Grey kostet 42 Euro. So, die seht ihr hier oben. Diese Lampe kostet 42 Euro, und ihr bekommt aber Düfte im Wert von 42,50 Euro geschenkt. Das heißt, ihr bekommt doppelten Wert. Und es ist ein mega Angebot für alle, die noch gar keinen Sensi haben, oder die sagen, ich würde es gerne verschenken. Da ist es einfach toll, weil man einfach wirklich gleich Düfte mit dabei hat. Dann haben wir unsere Twinkle. Die ist, glaube ich, etwas teurer. Wo haben wir sie denn? Die kostet 71 Euro. Das ist die hier oben. Die ist richtig, richtig toll mit ganz viel Glitzer. Für alle, die auf sowas stehen. Die kostet genauso viel wie unsere Crush Diamond. Und die Obsidian liegt bei 64 Euro. Genau. Und eine davon habe ich da. Und zwar ist es die Crush Diamond. Die habe ich jetzt auch schon wirklich lange, weil ich die wirklich toll finde. Wählen könnt ihr aus 24 tollen Düften. Und da sind wirklich gute dabei. Also es sind teilweise wirklich richtig schöne Sommerdüfte dabei. Es sind auch vergangene Düfte des Monats dabei. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach mal auf die Website. Und dann könnt ihr dieses Angebot beliebig zusammenstellen mit den Düften, die euch gefallen. Genau. Also ihr könnt zum Beispiel auch fünfmal den gleichen Düft nehmen, wie ihr das möchtet. Das könnt ihr dann wirklich selbst machen. Vielleicht zeige ich euch das dann auch noch kurz auf dem Laptop und blende es euch ein. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das werde ich machen. Genau. Hier seht ihr die Crush Diamond. Also eine richtig schöne Lampe. Ist auch bei mir in Gebrauch. Es ist Duftwachs drin. Und ich hoffe, ihr erkennt das. Die ist handgearbeitet. Auf diese Lampe werden lauter einzelne kleine Spiegelteilchen aufgeklebt. Unten drunter ist wie so Zement, Beton. Und da hinein werden diese kleinen Spiegelsteinchen gedrückt. Ihr habt wie immer hier einen separaten An- und Ausschaltknopf. Das heißt, ihr könnt die Lampe auch stecken lassen und könnt die dann beliebig an- und ausschalten. Und ich zeige euch die jetzt auch natürlich mal, wenn sie angesteckt ist. Jetzt muss ich bloß mal schnell schauen. Ich glaube, eins meiner Kinder hat hier eben jetzt eine Crush-Kulisse angeschalten. Hier ist es jetzt natürlich hell bei mir im Zimmer. Also ich hoffe, man kann den Effekt trotzdem ein bisschen wahrnehmen. Und wie gesagt, diese tolle Lampe. Man muss immer dazu sagen, ihr habt ja lebenslange Garantie auf die Technik bei unseren Lampen. Das heißt, wenn euch die in 15 Jahren kaputt geht, dann bekommt ihr einen Ersatz. Dann könnt ihr euch ganz einfach bei mir melden. Reklamationen laufen immer über mich. Genauso habt ihr auch eine Zufriedenheitsgarantie bei Sensi. Wenn euch die Lampe jetzt nicht gefällt, wenn da irgendwas nicht passt, eurer Meinung nach, oder die dürfte nicht zusagen, könnt ihr das über mich ganz problemlos abwickeln, dass ihr da quasi Ersatz bekommt. Und so, das war meine Tochter, die stand jetzt nebenan mit dem Handy und die Geräusche haben mich irritiert. Genau, dieses tolle Angebot gibt es aber nicht nur für große Duftlampen, sondern auch für ein paar unserer Mini-Duftlampen. In diesem Fall bekommt ihr drei Düfte gratis. Und auch diese drei Düfte könnt ihr aus diesen Düften auswählen. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich alles. Und die drei Düfte haben einen Wert von 24,50. Eine Mini-Lampe mit Stecker kostet 35 Euro. Ihr könnt die aber auch mit Base kaufen, wenn ihr lieber eine Lampe zum Hinstellen möchtet. Und auch hier habe ich eine da. Ich mache das jetzt alles ein bisschen schneller, weil ich, wie gesagt, jetzt spontan entschieden habe, dass ich euch auf dem Laptop zeige, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe hier noch meine Party-Tasche. Die geht heute nämlich auch auf Reisen. Und da ist unsere Glitter Rosé Gold. Das ist eine der Mini-Lampen, die ihr jetzt bestellen könnt. Mit den drei Bars gratis. Und die ist echt toll. Also die hat meine Tochter eigentlich auch im Zimmer. Aber die hat jetzt aktuell gewechselt. Die hat jetzt die Wispy Willow. Also meine Kinder, gerade die Mädels, die sind dann öfter so, dass die mal sagen, Mama, kann ich eine neue Duftlampe haben? Und dann, ja, wechseln sie halt öfter mal aus. Aber die ist wirklich toll. Also das ist auch ein richtig schöner Mädchentraum. Ihr könnt auch im Übrigen unsere Mini-Duftlampen auch als Nachtlicht verwenden. Das machen meine Kinder zum Beispiel oft. Das heißt, ihr müsst hier nicht zwingend Duftwachs reinlegen. Geht auch einfach als Lampe. Und wir nutzen die zum Beispiel auch abends total gern, weil wir uns dann einfach die großen Lichter sparen, sondern unsere Minis anhaben. Ihr habt hier auch einen separaten An- und Aus-Knopf. Das finde ich richtig toll, denn auch die können dann quasi in der Steckdose sein. Und ihr könnt hier immer ganz einfach an- und ausschalten. Und was auch eine richtig tolle Erfindung ist, ihr habt hier noch einen Knopf. Wenn ihr den drückt, könnt ihr dieses Teil hier hinten drehen. Das heißt, ich kann diese Lampe auch in eine waagrechte Steckdose reinstecken. Je nachdem, wie meine Steckdose eben liegt, passt unsere Lampe. Auch auf die kleinen habt ihr natürlich eine lebenslange Garantie. Und jetzt habe ich keine Steckdose, dass ich euch die zeigen könnte. Im angeschalteten Zustand, aber man sieht es ja jetzt auch so wirklich schön. Also die ist richtig schön. Und wie gesagt, wenn ihr die jetzt aktuell bestellt, solange der Vorrat reicht, gibt es hier drei Düfte gratis. So, und jetzt erzähle ich euch einfach noch kurz die restlichen Neuigkeiten. Und dann springen wir wieder gemeinsam auf die Webseite. Denn dann kann man sich das, finde ich, alles noch ein bisschen besser vorstellen. Und findet sich auch schneller zurecht, wenn man dann selbst bestellen möchte. Aber wo bestellen? Das ist nämlich auch eine der Neuigkeiten. Alle, die diesen Monat im Juni über meine Webseite bestellen, die bekommen von Sensi einen Gratis-Sendzörgel geschenkt. Ich zeige euch einen. Ups, da fallen mir gleich die Sachen entgegen. So, ich bin mir immer unvorbereitet. Ich mache mir mein Handy an und denke, ja, jetzt mache ich schnell ein Video und dann habe ich die Hälfte nicht da. Ist halt nicht so professionell. Aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck. Also, das hier ist ein Sendzörgel. Das ist jetzt hier die Duftrichtung Gogo Mango. Kann man ins Auto hängen, kann man sich in den Kleiderschrank hängen. Also wirklich total beliebig. Man kann die auch echt schön verschenken. Also ich mache hier total gerne Schleife durch und dann hänge ich die so an ein Geschenk mit dran. Und so einen Sendzörgel bekommt jeder, der über meine Webseite bestellt, diesen Monat, bekommt so einen Gratis mit zu seiner Bestellung mit hineingelegt. Meine Webseite findet ihr wie immer in der Infobox. Ich habe gerade irgendwie ein Problem mit meinen Haaren. Irgendwo hier ist eins. Genau, meine Webseite findet ihr wie immer in der Infobox. Da könnt ihr auch ganz einfach drüber bestellen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Auch die findet ihr in der Infobox. Genau, also. Das war es aber noch nicht. Wir haben noch mehr Angebote. Wir haben ab heute auch wieder unseren Duft- und unsere Duftlampe des Monats. Schauen, ob ich hier gerade den Flyer zur Hand habe. Ich glaube schon. Unsere Duft- und unsere Duftlampe des Monats gibt es immer mit 10% Rabatt. Und auch nur in dem jeweiligen Monat. Seht ihr jetzt nicht richtig. Ich blende euch die Duftlampe des Monats ein und lese euch einmal den Duft vor. Und zwar heißt die Big Surf und ist aus der Duftfamilie frisch. Wellen aus Zitrusfrüchten, die sich über Meeresblumen mit Spritzern von Zitronenwasser erheben. Also klingt eigentlich ganz, ganz nett für alle, die so frische Düfte mögen. Und unsere Lampe ist was ganz Besonderes diesen Monat. Die heißt nämlich Rainbow Flurry. Und die Glasperlen werden geschmolzen und von Hand zu einem einzigartigen Muster geformt, das durch kräftige Farbakzente hervorgehoben wird. Also ich blende es euch ja gerade ein. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Unsere Lampen werden alle von Hand gearbeitet. Und auf diese Handarbeit habt ihr nochmal diese lebenslange Garantie. Also ihr bekommt bei Sensi keine Massenfabrikware, sondern unsere Lampen werden wirklich noch von Hand hergestellt. Genau, also das ist für mich persönlich etwas ganz Besonderes. So, dann haben wir aber auch eine neue Wiffbox. Eine neue Wiffbox des Monats Juni. Die habe ich natürlich noch nicht da. Kann ich auch gar nicht. Oh Gott, denn auch wir Berater können die aktuelle Wiffbox natürlich erst am 1. des Monats bestellen. Aber dass ihr schon mal, ja, euch vorstellen könnt, wie die aussieht. Das ist unsere Wiffbox. Das ist jetzt eine leere. Die war aus dem Monat März 2022. Und unsere Wiffbox ist eine Überraschungsbox. Die wird von Sensi zusammengestellt. In der Regel ist die immer ein bisschen saisonal bestückt. Und das Tolle an dieser Wiffbox ist, dass ihr immer einen Mehrwert bekommt. Das heißt, ihr bekommt immer mehr Ware, wie ihr zahlt. Die Wiffbox kostet 42 Euro. Und ihr habt meistens einen Wert, ich sage jetzt mal, zwischen 50 und 60 Euro in dieser Box. Und diesen Monat soll es eine ganz besondere Überraschung in der Wiffbox geben. Also es lohnt sich auch, da zuzuschlagen. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr bestellt die Wiffbox über meine Website oder welche von den Lampen angeboten, dann bekommt ihr on top einen Sense Circle von Sensi geschenkt. Finde ich mega. Also ich finde es richtig, richtig toll. Ihr seht schon, wir starten einfach mit Angeboten in den neuen Monat, die man kaum toppen kann. Aber es gibt noch was, noch ein letzter Punkt. Und dann schauen wir uns das auf der Website an, denn ich denke, es ist jetzt wirklich für den einen oder anderen ein bisschen unübersichtlich, ein bisschen viel und vor allem viel Info auf einmal. Aber es gibt für alle, die schon mal überlegt haben, Sensi-Beraterin zu werden, gibt es diesen Monat wieder ein 37 Euro Starter-Kit. Und das schauen wir uns auch gleich zusammen an. Das heißt, ihr meldet euch über meine Website an und bekommt für 37 Euro euren Start. Ihr bekommt ein kleines Starter-Set. Ihr bekommt Zugang zu dieser Workstation, wo ich am Anfang vom Video erzählt habe. Und dann seid ihr mit dabei. Und ich finde, der Monat bietet sich zum Starten perfekt an, weil wir einfach super tolle Angebote haben, mit denen wir jetzt arbeiten können. Von daher, wenn ihr da Interesse habt, ich weiß, da gibt es ganz oft ganz viele Fragen, dann könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei mir in der Teamgruppe zu schnuppern. Mein Team besteht oder meine Gruppe besteht mittlerweile aus über 200 Menschen. Und da könnt ihr sehr, sehr gern einen Einblick haben, auch bevor ihr euch anmeldet, dass ihr einfach mal eine Woche reinschnuppert. Und dann könnt ihr natürlich auch alle Fragen stellen, die ihr zu diesem Thema habt. Und dann könnt ihr euch auch immer noch entscheiden. Das Tolle ist bei diesem 37 Euro Starter-Set, ihr müsst damit nichts machen. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr euch kein Geschäft aufbauen. Ihr könnt das Ganze auch zum Eigenbedarf nutzen. Das hat dann natürlich wieder ein bisschen Unterschiede dazu, wie wenn ich jetzt sage, ich möchte aber damit Karriere machen, ich möchte mir was aufbauen, dann geht man da natürlich wieder vollkommen anders ran. Aber vom Prinzip her darf sich jeder dieses Starter-Set holen, ganz egal, ob er das eben zum Eigengebrauch möchte oder ob er sich damit irgendwas Großes aufbauen will. Ich habe auch Berater-Info-Mappen. Das heißt, für alle, die wirklich Interesse haben an der Berater-Tätigkeit, ihr könnt euch bei mir melden. Und ich schicke euch total gerne so eine Mappe zu. Da steht alles drin. Da sind auch unsere Verdienste, die sind hier aufgelistet, wie und wann und nach was man bezahlt wird. Das findet man bei Sensi sogar im Katalog. Also Sensi geht da sehr, sehr offen damit um. Aber ich habe jetzt gerade eben schon wieder das Gefühl, dass ich einfach dieses Video spreng, weil ich einfach zu viel auf einmal quatsche. Ihr findet hier auch zum Beispiel meine Sensi-Geschichte. Also in dieser Mappe ist wirklich alles drin und die kann ich auch bei Interesse per PDF schicken, sodass ihr die sozusagen gleich habt. Dieses Starter-Kit gibt es auch nur, solange der Vorrat reicht. Kann also auch schon, sage ich jetzt mal, Mitte des Monats vergriffen sein. In der Regel geht das Ganze aber nicht so schnell. So, und ich mache jetzt hier meinen Laptop an und ändere einfach mit euch jetzt mal die Sichtweise. So, wir sind jetzt hier wieder auf meiner Website. Und was ich ganz vergessen habe, Gott sei Dank, habe ich gesagt, wir schauen auf die Seite. Unsere Bring Back My Bar Düfte sind auch erhältlich. Und zwar konntet ihr hier wählen und die Gewinnerdüfte sind jetzt zurück und die könnt ihr bestellen, solange der Vorrat reicht. Wir schauen mal schnell rein. Da sind ganz, ganz tolle Düfte dabei. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das auch alles in Ruhe dann einfach anschauen, wenn ihr selbst auf die Webseite geht. Und ihr habt hier ein ganz tolles Angebot. Ihr könnt alle zwölf Düfte für 71 Euro kaufen oder ihr könnt euch auch selbst die Düfte zusammenstellen. Also ihr könntet jetzt auch fünfmal den gleichen Duft hier reinpacken. Und zwar alle aus den Bring Back My Bars. Cozy Kashmir ist zum Beispiel ein ganz großer Favorit von mir. oder auch Perfectly Pomegranate. Oder wo ist er? Der hier. Pistazio Ice Cream finde ich auch sehr, sehr lecker. Aber wie gesagt, schaut einfach mal in Ruhe durch. Die könnt ihr euch alle anschauen. Und ich zeige euch jetzt, wo ihr die aktuellen Angebote findet. Und zwar geht ihr auf Sonderangebote. Angebot mit elektronischen Duftlampen und Bars. So. Und jetzt seht ihr hier die ganzen Lampen, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Hier die Minilampen mit Stecker oder mit Base. Und hier könnt ihr jetzt quasi eure Lampe wählen und könnt dann euer Set beliebig zusammenstellen. Wir machen das jetzt einfach mal. Und zwar nehmen wir uns mal die Obsidian. Die ist übrigens wunderschön. Ihr habt hier auch die ganzen Infos nochmal zu der Lampe, wie groß die ist. Und hier könnt ihr jetzt eure Bars hinzuwählen. Und zwar fünf Stück. Und hier kommen die Düfte, die ihr zur Verfügung habt. Also ihr seht schon, hier gibt es auch Düfte wie zum Beispiel Amazon Rain. Also richtige Bestseller Düfte. Das ist der Duft des Monats Juni. Auch der ist mit dabei. Oder Black Raspberry Vanilla. Also es sind wirklich 24 tolle Düfte. Hawaiian Hula Green Tea and Jasmine. Also wie gesagt, schaut einfach mal vorbei. Und Luna, Matte for Melon. Also wie gesagt, dieses Angebot ist wirklich einmalig und unschlagbar. Und ich finde, man kann hier wirklich gar nichts falsch machen. Pink Sugar Berry Mint ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich denke, hier ist wirklich für jeden was dabei. Sun Ribbon Berry war auch ein Duft. Das war ein Monatsduft und der war auch total lecker. So, was wollte ich euch noch zeigen? Also, habe ich euch gerade gezeigt. Hier findet ihr die Angebote, Sonderangebote und Angebot mit elektronischen Duftlampen und Bars. Und jetzt, na, so, hier oben starten. Starten Sie im Juni für 37 Euro bei Sensi. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich 425 Euro an Gratisprodukten zu verdienen. Das würde ich euch dann aber erklären, wenn ihr wirklich Interesse an dem Einstieg habt. Denn ich denke, das würde sonst einfach den Rahmen sprengen und zu viel auf einmal sein. Aber ihr habt hier jetzt sämtliche Rubriken, die ihr anklicken könnt. Zum Beispiel, warum Sensi. Dann unsere verschiedenen Starter-Kits. Das Einkommenspotenzial. Also, ihr seht hier wirklich. So. Sensi geht damit wirklich ganz offen um. und zeigt euch, wie das Ganze funktioniert. Hier oben habt ihr dann die verschiedenen Starter-Kits. Auch das könnt ihr euch anschauen. Jetzt musste ich kurz abbrechen, weil meine Jungs jetzt nämlich im Nebenraum waren. Und das irritiert mich dann. Also, ihr habt hier jetzt einfach auch nochmal die Vorteile von Sensi. Und ihr könnt euch hier wirklich alles in Ruhe durchlesen und alles in Ruhe anschauen. Und wir schauen jetzt mal, was in dem Starter-Kit drinnen ist. Hier, das sind auch immer so interessante Sachen. Zum Beispiel, eine durchschnittliche Wachstumsrate von 5,9% pro Jahr bis 2026. Also, es ist wirklich eigentlich eine tolle Sache. So. Jetzt schauen wir mal, wo das kleine Starter-Kit abgebildet ist. Also, hier oben. Für 37 Euro erhaltet ihr eine Mini-Duftlampe. Und zwar Wire Your Blushing und einen Sensi Bar Black Raspberry Vanilla. Seht ihr auch hier üben. Hier ist die Mini-Lampe. Hier ist unser Bar. Dann bekommt ihr natürlich Kataloge und Dufttester, damit ihr potenzielle Kunden natürlich auch schnuppern lassen könnt. Das sind alle aktuellen Frühlings- und Sommerdüfte drin. Dann bekommt ihr Probepäckchen. Von hier, also hier hinten seht ihr die. Das sind Wäschepflege, Körperpflege, Reinigungsmittel und Haustierpflege. Katalog, Schnellstartleitfaden und eine Willkommenskarte. Also, das alles bekommt ihr für 37 Euro. Und wie gesagt, ob ihr jetzt damit Eigenbedarf haben wollt, ob ihr einfach nur ein Schnäppchen haben wollt, weil ihr im Prinzip eigentlich nur diese Lampe zahlt. Also, allein diese Lampe kostet ja 35 Euro und ihr zahlt 37. Oder ob ihr damit was machen wollt. Wenn ihr den zweiten Weg wählt und wirklich als Beraterin arbeiten möchtet, habt ihr die Möglichkeit, euch dieses tolle Set gratis zu erarbeiten. Das bekommt ihr dann einfach geschenkt. Hier habt ihr eine Mini-Duftlampe, eine große, noch eine kleine, einen Diffuser, also eben Duftventilator. Also, das ist ein mega tolles Set. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch, wie gesagt, alles bei Interesse. So, und wie gesagt, alle diese Angebote findet ihr auf meiner Webseite und die findet ihr wie immer auch in der Infobox. So, damit sind wir am Ende von dem heutigen Video. Es tut mir leid, ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig chaotisch und durcheinander. Aber gut, es ist einfach manchmal so. Aber ich glaube, ich habe euch zumindest alle Angebote mitgeteilt. Wie gesagt, springt auf die Webseite, schaut euch das alles in Ruhe an. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal kommentieren oder mir mitteilen, was ihr gerne mal für Sachen sehen würdet. Das heißt, wenn ihr Video-Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Produkte näher kennenlernen möchtet oder was für Punkte euch einfach interessieren, dann schreibt es gerne mal unter dem Video und dann schreibe ich mir das alles auf und dann werde ich das nach und nach abarbeiten. Den einen oder anderen Wunsch habe ich nämlich sogar noch hier liegen, den ich noch bearbeiten muss. Aber ihr hört es im Hintergrund, es ist einfach manchmal nicht so einfach. Man muss sich natürlich immer ein bisschen nach den Kindern, nach der Familie richten, weil die stehen einfach noch in erster Stelle. Und das ist einfach auch das Besondere bei Sensi, dass es einfach möglich ist. Auch wie jetzt zum Beispiel an meiner Stelle mit einer großen Familie, mit vielen Kindern, so ein Geschäft zu führen. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig und bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Genau, so, bevor das Video jetzt noch chaotischer wird, verabschiede ich mich und ich hoffe, ihr habt, wie gesagt, ein bisschen was mitnehmen können, ein bisschen was verstanden und findet die Angebote genauso toll wie ich. Und ja, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis bald.